Viktoria, ich habe eine absolut geniale Idee. Europas größter Damen-Evitator. Sehr erfreut. Viktoria! Wir haben die Moria! Eine Frau, die einen Mann darstellt, der eine Frau darstellt. Maybe one's holding must hold to bed. Er sieht so gut aus, weil er eine Sieg ist. Mann, jetzt mach doch deswegen nicht so'n Dank. Du sagtest Kellnerin, ach, wirklich? Spricht Viktor eigentlich Französisch? Er hört sich doch eher Englisch an als Polnisch. Wie lange kennen Sie, Mr. Toccio? Oh, schon sehr, sehr lange. Mir kann nichts passieren. Vergiss nicht, dass ich ein Mann bin. Vergiss du das? Ich bin kein Mann. Doch jetzt bin ich ganz verliebt. In Viktor. Chicago in den Neuen, erlebt man immer neu. In diesem Stand gesehen, hat er sagt, wir gehen mal aus dem Weg, du Würstchen. Nennen Sie mich Squash. Haufen, Schwuchteln. Zwei Schwuchteln machen doch keinen Haufen. Ich glaube, ich bist ein bisschen schnumosexuell. Wie lange bist du schon so? Alle! Kde du schonausch. PheGER Victor. Die pil disciplin. Alles! Was ist das Wasser, der woandersсе. Vielen Dank.